Recht herzliches Willkommen zum nächsten Part Far Cry 6 liebe Freunde und jetzt wirklich die richtige Hauptmission. Jetzt habe ich mich da mal ein bisschen erkundigt. Und zwar Ja, ein Treffen mit den Monteros. Ich weiß nicht warum meine Mission vorher, die was sie hier gemacht haben mit dem Schwarzmarkthändler, warum man die als erster angezeigt wurde oben, ich weiß es nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass die oben die erste ist, aber anscheinend doch nicht. Ich habe aber in einem Video, das schon jetzt wieder ein Tag her ist oder so, nicht mehr gut aufgepasst, dass wir eigentlich hier hin sollen und diesen Ding da treffen, den Billy oder Philly. Und das machen wir auch jetzt. Wir haben hier eben so ein Boot geschnappt, das ich schon hier gesaved habe, mal so ein Militärboot. Das hat jetzt auch ein bisschen gedauert, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich ja doch hierher geflogen. Das war doch weiter weg als gedacht. So, dann steigen wir hier mal aus, würde ich sagen. Haben wir da Feinde? Ne, da haben wir keine Feinde. Wäre göttlich, wenn das Boot hier stehen bleiben würde, aber das glaube ich nicht. Aber zurück können wir uns eh beamen, mehr oder weniger. So, müssen wir jetzt mal Kontakt zu Billy aufnehmen. Aber den Schnellpunkt, den werden wir mal wegtun. Und hier hätten wir schon die nächste Schatzsuche, Matios, schau mal. Eine Schatzsuche. Wären wir dann gemeinsam machen, da spielen sie ja, super. Wunderbar, wunderbar, herrlich. Ja, können wir ein bisschen Urlaub machen, hier. Ah, die haben sogar eigentliche Symbole oder was? Ne, eher. Was ist das? Das geht ja auch noch nicht. Ich habe das mal weggenommen, einfach, okay. Bestört ihn nicht. Gut. Matio, jetzt haben wir, glaube ich, die richtige Mission am Start, Gott sei Dank. Das war der Matio bei den letzten ein bisschen verwirrt. Was ist mit dir? Alter! Hat er durch den Alter rausgesperrt oder was ist da los? Das gibt's ja nicht. So. Let's go. Gehen wir mal drauf. Pass auf, ich muss einmal kurz sortieren. Brandgeschosse. Ja, ist klar. Hier haben wir einen neuen Talisman hier gegönnt für 100. Ich glaube, 300 habe ich ja gratis auch bekommen. Da schaut ganz witzig aus. So, was haben wir hier am Start? Vollautomatisch. Panzerbrechend. Ah, da steht's ja eh. Brand. Panzerbrechend. Standardmunition. Springmunition. Spreng. Ja, Panzerbrechend sollte eigentlich eh ausreichend sein. Bogen haben wir auch mit. So, der kann uns noch irgendeine Location verraten. Da laufen wir schnell hin zu dem. Der kann uns noch eine Location verraten, hoffentlich. Oh, da kann ich... Oh, einstecken. Sonst... Hier drüben. Werden die nervös? Ja. Ja. Was hast du? Ein paar Bauern waren bei uns im Lager, weil die Armee eine Flugabwehranlage auf ihrem Land gebaut hat. Ich hab sie dir auf der Karte markiert. Danke dir. Danke dir, Kumpel. Die werden wir dann offline höchstwahrscheinlich ausschalten. So, jetzt gehen wir mal hier zu Philly. Und seine Werkstatt mal freischalten. Was für ein Mensch arbeitet an so einem Ort. Ja, Daniel hat das nicht wirklich gesehen. Oh, es geht instant los. Okay, alles klar. So, Freunde, jetzt haben wir die richtige Mission hier. Und Story. So wie es sein sollte, in der Reihenfolge zumindest. Doch. Oh, was hast du auf dem Rücken? Wo kann ich ihn finden? Servus. Also, wer hat hier... Alles dient mehr als nur einem Zweck. Kannst du eine Sekunde herkommen? Kannst du mal kommen? Hältst du das mal bitte runter für mich? Das ist ein Totmann-Knopf. Eine Bewegung? Also, warum bist du hier? Ich gehöre zu Clara von Libertad. Hat sie nicht Bescheid gesagt? Clara, Libertad! Da ist doch der Hund. Ja, David. Corizo. Ja, mein Sohn steht auch ein bisschen zu. Ich sehe nur dich. Also, wieso bist du hier? Hast du Familie zu retten? Kinder? Nein. Was willst du dann überhaupt hier? Ich will meinen Finger vom Schalter nehmen. Und ich will wissen, wer mir hilft, Castillo umzulegen. Okay. Du bist sicher. Du bist also Clara's Heldie, ne? Ich bin keine Heldie. Tschüss, das hat geklappt. Geklappt. Feliz Magie, Baby. Du willst, dass wir Libertad helfen? Sprich mit Carlos Montero. Unser Urgestein. Urgestein. Seine Familie wird unser Land retten. Super. Bring mich zu ihm. Nein, 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 nein. Schritt eins. Fili muss dich lieben. Schritt zwei. Die kleine Montero muss dich lieben. Die kleine Montero? Nein. 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 Na gut, dann lass dich von dem Gift nicht unterkriegen. Und da kann ich auch... Hand rein. Ein kommischer Kauz. Joa... Finde Espar da. Viele sagte, sie wurde auf dem Tabakplantage gesehen. auf der ok ich habe doch das auf hier so haben wir hier noch ein rufzeichen das immer noch mit dafür denn auf jeden damals nichts obergrasses glaube ich schatzsuche das haben wir wieder bekommen sehr gut aber da gibt es eine werkstatt den ziehen kann man immer brauchen perfekt da ist die schatzsuche jawohl wieder eine für mich und für marcia wunderbar immer gemeinsam das machen so die frage fahren wir da ja so weit ist es nicht da fahren wir mit einer karre rüber würde ich sagen beziehungsweise einfach mit einem quad wenn schon da steht wir könnten das natürlich auch unser auto spawnen lassen das machen wir jetzt auch schon wieder zwei rufzeichen schon wieder schon wieder gibt es flieger das ist natürlich auch nett aber hier ist noch die flag deswegen ist das vielleicht nicht ganz so geil können wir kurz einen blick riskieren was wir schon alles noch hinten gibt noch loot ach so es gibt ja noch vier flieger oder was hubschrauber gibt es gar keinen hubschrauber also hier wollen normalen hubschrauber geben können aber schon herumfliegen gesehen denn müssen wir doch irgendwie das hubschrauber extra und da sind nur so flieger ist das eine normale werkstatt ja jetzt brauchen wir nicht da ist mein auto perfekt fahr mal wieder mit dem auto weil die flag noch aktiv ist hier wir müssen jetzt nicht abgeschossen werden so kumpel steig mal aus ach so den würde ich wieder umlackieren aber ich schaue gar nicht so geil aus sorry das brauche ich so und da haben wir schon ein rufzeichen das müssen wir unbedingt mitnehmen informationen informationen also sie ok das nehmen wir noch schnell mit sie stöhnt nur alles klar was kannst du mir sagen das geht doch an der cortina wetterstation wimmelt es von soldaten wenn du es lebend wieder von da weg schaffst kannst du sicher nützliche informationen mitbringen danke militärisches ziel ok passt perfekt danke für die info sich nach hinten eine basis aufgedeckt sehr gut die können wir auch ein nehmen da kommt sein dass wir es liegen genau stehen wir das mal gleich als ding ein hier ja perfekt perfekt ich sehe nicht wo ist denn hier die straße ach so dann links du wolltest mich hochjagen ok doch was du bist jetzt im westen das ist eine plantage alter das ist ein altes gebäude mit vielen tabern drumherum der spada sucht nach einem tg entdeckt du hast die fünfmacht nicht da drinnen und da wie mit sie hier keine ahnung der spada sucht sich mit dem tg entdeckt er sucht das vielleicht auch mal der spada sucht nach einem tg entdeckt ich habe jetzt niemals ausgerüstet wo mein auto von silber repariert wird das ist auch eigentlich recht geil Ich gehe jetzt dorthin. Ich werde dich anrufen, wenn ich Carlos getroffen habe. Das wird super, Dani. Carlos soll dich lieben. So, haben wir das jetzt mitbekommen hier? Ja. Gell. Gut, wieder ein unnützes Scharmützel. Wir wollten ja eigentlich nur... jetzt steig doch hin. Ja, natürlich. Natürlich. So, wieder retour. Das ist er. Ja, du bist ja immer und überall bei Fargo einmal abgelinkt. Ach Gott, ich glaube, er tut sich eh von selber gleich reparieren. Nein, hat er nicht geschafft. Ach du meine Güte. Ja, wieder mal gestorben. Sehr gut, Dani. Optimal. Wieder auf dem Weg. Auf dem Weg, Freunde. So, jetzt aber instant hierhin. Pass auf, jetzt machen wir hier. Was ist denn eine Flugabwehranlage? Ach, jetzt kann man da keine Wingsuit machen da oben. Ach, das gibt's ja nicht. Was riskieren wir jetzt? Ich krieg das scheiß Ding nicht hoch. Ach so, Dreieckflugmodus. Okay. Jetzt muss man das aktivieren, sonst kann man mit dem Auto fahren. Okay, jetzt hab ich's auch verstanden. Wow. Alter. Das ist ein geiles Teil. Auto und Flugding in einem. Das ist natürlich sehr nice. Muss man ganz klar sagen. Ich versuche mal in Baumhöhe zu bleiben. Wir lassen uns durch nichts ablenken. Wir lassen uns durch nichts ablenken. Was sagt die Zwischenzeit? 15, okay. Halleluja. Der Luftraum ist gesperrt. Wer fliegt das Ding? Ne? Ah ne, oder? Ja. Ah, jetzt sollen links rauf fahren. Das haben wir wieder super gemacht. Haben wir den versenkt hier, aber wir sind eh da. Passt schon. Wo geht's denn da raus? So. Haha. Da haben wir wieder eine Kiste, Freunde. Na gut. Das können wir uns nicht entgehen lassen. Ja, sehr schön. Eine Waffe gefunden. Das können wir uns natürlich auf keinen Fall entgehen lassen. Ganz klarer Fall. So, da drüben geht's weiter. Tja, da müssen wir wohl rein, nehme ich mal an. Das ist eigentlich zu Polen. Jetzt einfach so bleibt aneraden, aber keine Waffe ist. Es geht also zu groß. Ja. Ich bin ja das übrigens. Es ist ein Problem. Ich bin ja das nicht besorgt. Aber ich bin ja das eben nicht. Dann bin ich ja das nicht. Aber ich bin ja das nicht. Ich bin ja das nicht. Aber ich bin ja das nicht. Toll nicht so in das Loop. Ich bin ja das nicht. Es brinkos. Ich bin ja das nicht. Ich bin ja das nicht. Und ich bin ja. Ich bin ja das Potenzial. Mit dieser Espada ist nicht zu spaßen. Scheiße. Auch eine Leiche? Schießpulver. Okay, Mund haben wir genug. Im Suchgebiet. Achso, wir sind hier richtig. Perfekt. Okay. Aha. Machen wir das gleich per Hand? Heute kommt keine Verstärkung, ihr Säcke. Okay, das ist gut. Das heißt, es ist nicht noch eine da, oder? Wenn es sicher sagt, keine Verstärkung. Wenn ich nur wieder, gibt es zwei oder drei. Das war doch schon einmal positiv, Freunde. Da ist aber eher wie keiner. Ganz komisch. Gut, dann gehen wir einmal rauf, würde ich sagen. Moon haben wir. Cutscene, nix. da vorne liegt einer die frage was geht da oben ab so karte ziehen oder was so zwischenziel abgeschlossen nice ich muss mit deinem vater sprechen klar will ein abkommen schließen klar das name bedeutet hier gar nichts du arbeitest du klarer garcia du bist carlos monteros doch das ist privat insel hast du alles nein aber es ist genug und er sagt seinem boss dass ich all seine tenientes töten werde einen nach dem anderen nur zum spaß danach befreie ich alle parias die diesen beschissenen tabak herstellen das tue ich für mein volk und schließlich sagte jose dass ich ihm die kehle aufschlitze genau hier und das tue ich für mich ich glaube ich muss das aufschreiben sagt dem kleinen schweine fecker einfach es bau war hier und sagt ein freund sie sind im falschen team gehen wir zu papa wir nehmen die pferde da draußen okay 21 ja passt zehn minuten aber noch klingt als hätten sie deine aufgeschlitzten leichen gefunden aber schauen wir mal die mission vielleicht auch durchziehen die Wir haben Ärger. Und, siehe verloren! Refinger! Ich schüsse! Der Punkt rauf! Da! Da drüben! Der Punkt rauf! Auf Besicht! Fick dich, Verrängung! Der kommt der Weg schon! Wohin war's nach! Das ist nicht mehr los mit. So, nehmen wir auch mit. So, wo ist sie? Sollen wir wo hinfahren? Okay, wir müssen alle ausschalten. Fuck, wieder explodiert, genau. So geht das immer so schnell, da kann man ja gar nicht reagieren. Wir sind. So, wo ist sie? Die müssen aufsteigen. Okay, deutlich klar. So, wir müssen einfach nur alle eliminieren, glaub ich. Zack. Ah, dieser Sch... Ich hab hier gar nichts von überhitzen, lustigerweise. Ziel abgeschlossen, dann machen wir mal ein bisschen Action hier, oder, Freunde? Sehr schön. Sehr schön. So viel zu leise. Gehen. Jo. Sie bringen mich zum Lager... Alles klar. Fahrzeugschrott nehmen wir noch schnell mit, sehr schön. Zugschrauber, kriegen wir noch in Schrott. Ja. Gehen wir noch kurz in Schrott. Joioioioioio? Da brenzt, da brenzt, da brenzt! Gehen wir schnell in Schrott! ich sehe perfekt wir retten jawohl das ist ja fast wie bei der piste gerade die das pferd auch lustig schnell vorbei go 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 niedergeräten roadkill freunde roadkill panzer den müssen wir uns bzw den muss ich mir jetzt offline auf der ersten insel dort wiederholen und dann in die garage stellen und auf jeden fall einen safe haben wenn wir brauchen hier weiß ich nicht wo es eine panzerdivision gibt ich mich auch richtig gute mojitos ach so wenn ich da ausgegeben sie auch gas okay alles klar dann let's go das tue scheint das leben hier draußen ziemlich schön zu haben ne kleiner napoleon süß der name ist süßer als der martin die monteros sind schon seit 200 jahren auf diesem lager jetzt hat der sklavenlager für diesen vivierodreck draus gemacht jose drückt unseren leuten eine pistole an den kopf und letztendlich tausendlos arbeiten necome mierda hat sogar meinen papa geholt er war zu lang auf den feldern das gift hat ihn krank gemacht auch wenn es nie zugeben würde jetzt wird papa seine eigene kleine revolution ihr werdet libertad brauchen wenn ihr castillo aufhalten wollt du bist nicht die erste die mir das sagt aber papa hat seinen stolz er vertraut nur seinen eigenen leuten entweder bist du ein montero oder ein nimmer du willst also sagen dass ich am arsch bin wie weit ist es noch bis zu deinem lager dauert nicht mehr lang aber reiht doch vor hallo nein schon gut ist ein gutes training ja katzin passt perfekt also super zum aufschluss jetzt sollte doch hoffentlich das ende sein von der mission du bist jetzt im westen guerrero das schwert und die heldin schön dass ihr beide lebt du hast sie also gefunden sie hat es nicht leicht aber es hat sich doch gelohnt oder ihr kommt genau richtig el jefe sorgt für abendessen el jefe carlos montero so so dale papa ehe hehe dale 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 ok Okay. Du siehst mir nicht nach Guerilla aus. Ich sehe nur einen Turi. Wenn der Turi uns Ärger macht, bist du schuld, Camilla. Er mag dich. Willkommen in der Finca Montero, Helen. Komm, chorizo, heb dir das für den Nachtisch auf, Kumpel. Okay. Eins ist abgeschlossen. Perfekt, Freunde. Perfekt. Ah, hier haben wir wieder ein Lager, oder was? Okay, wir wollen das Telefonat an. Ich hab die Monteros getroffen. Und wie lief's? Naja, Carlos will nichts mit mir zu tun haben. Aber ich verstehe mich ganz gut mit seiner Tochter. Sie ist meine Eintrittskarte. Gut. Sie müssen dich in ihrer Mitte akzeptieren, Dani. Nur so erlangst du ihr Vertrauen. Meld' dich wieder. Oh, das ist ein komischer Rucksack. Ich weiß nicht. Der passt sich aber nicht. Den könnt ihr auch ablegen. Und die Waffen haben wir auch weg. Also... Ah, und er ist eine Art Nebenmission. Okay. Die machen wir dann extra. Nächstes Mal. Im nächsten Bad. Vielleicht machen wir dann kurzen Bad nur mit dem Hund hier. So, was sagt die Zeit? Ja gut, okay. Ich werd beenden. Ich werd mich hier mal umschauen. Ob wir hier was bauen können auch in dem Lager. Okay, hier gibt's Pferde. Da hinten kann man Autos spawnen. Ja, das übliche halt. Da kann man Autos spawnen. Da gibt's die Missionen. Da gibt's noch ein paar Hühner. Ah, okay. Verdammt. Ich glaub, man muss hier drücken, Freunde. Hör zu, Carlos. Ich weiß, du traust weder mir noch klarer... ... plaudern wir noch kurz mit ihm. Wir sind zwei Grad nahe. Vor kurzem. Das passt ja optimal. Uns kennt hier ja keiner. Da hast du recht. Was weißt du noch? Dass Napoleon El Pequeno euer Land gestohlen hat. Ich weiß, dass das Gift, das er auf eure Felder sprüht, eure Leute umbringt. Ich weiß, dass du krank bist. Und lieber stirbst, als um Hilfe zu bitten. Wird bloß nichts weg, das dir nützen kann. Das Depot, in dem sie das Gift lagern. Brenn es alles nieder. Die Flugzeuge. Zum Besprühen des Tabaks. Nimm sie auseinander. Die Drucksprühe auf den Feldern. Töte sie alle. Alles klar, Herr Fe. Schick mir eine Postkarte. Okay, müssen wir uns bei ihm ein bisschen einschleimen, mehr oder weniger. Habe ich jetzt schon... ...die Luft säubern. Okay. Eine Sekunde. Ähm... ...die Luft säubern. Jetzt ist nur die Frage, ob das wirklich die richtige Mission gerade ist. Ich bin ja da versehentlich gerade reingelatscht. Aber es schaut fast so aus. Das passt auf jeden Fall, würde ich sagen. Und da haben wir sie. Ähm... Ja, da muss ich mich noch erkundigen. Gut, starten könnten wir sie ja trotzdem. Im schlimmsten Fall müssen wir noch mal reden mit ihm. Ähm... Ah, da kommt jetzt das mit den Hühnern, oder? Eieieieieieiei. Hühnerkampffreunde, glaube ich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Äh... Mal schauen. Wir haben schon einige Hühner und so bekommen. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert auch. Muss ich mir noch ein bisschen vorher schlau machen, dass ich nicht ganz doof da stehe dann. Ähm... Ihr sucht nach Aufregung! Eure Suche endet hier! Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Das war's mal mit der Folge. Wir versuchen natürlich hier... bei den Barts hier so viele mögliche von der Hauptstory zu bringen. Ja, wenn das passt, mache ich mal seine Mission das nächste Mal auch. Wir werden aber vorher auf jeden Fall das mit dem Hund hier machen auch. Die Side-Quest mehr oder weniger. Den wollen wir natürlich mithaben, auf jeden Fall. Ich habe wieder in der ganzen Folge ganz vergessen, meinen Krokodil-Begleiter auch mitzunehmen. Gut, der ist zwar eh relativ umsonst, aber... Ähm... Joa... Hinschicken, hinschicken hätten wir ihn können eigentlich gleich am Anfang. Und einmal einen ausschalten oder ablenken. Ähm... Habe ich komplett vergessen, auch wieder meinen anderen Begleiter mitzunehmen. Mal schauen, was der kann. Bin ich gespannt. Gut, Freunde. So, ich danke fürs Zuschauen. Das soll's für diesen Bad gewesen sein. Und ja, nächstes Mal machen wir höchstwahrscheinlich die Mission hier, dass wir das Hühnchen bekommen. Also, danke fürs Einschalten liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschaui! Tschaui! Zuschau! Tschaui! Jetzt das drüber� Democrat bringt's eine Überraschung, wie auch schon die Menge...